Digitalisierung so einzuführen, dass sie die Menschlichkeit weiterhin wahrt, aber einen von allen Prozessen, die immer wiederkehrend sind, die standardisierbar sind, die vielleicht auch digital besser zu erledigen sind als heute durch uns Menschen. Der Mensch kann sich dann auf das konzentrieren, wofür er auch wirklich erforderlich ist und das sind eben halt im Wesentlichen auch die Prozesse, die man Maschinen heute noch nicht abbilden kann.